Die Stabhochspringerin Lisa Reissi Die EM-Zweite von Amsterdam 2016 hat sich vor sechs Wochen einen Teilriss an der Achillessehne zugezogen. Eine Kontrolluntersuchung ergab, dass die Qualifikation für die EM nicht realisierbar sei, das macht keinen Sinn. Die WM 2019 und Olympia 2020 fokussieren will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017